Die Tragödie von Bleiburg und Fichtring, Partisanengewalt in Kärnten. Dieses neue Buch über die Partisanenzeit ist heute präsentiert worden. Der Historiker Florian Thomas Rulitz hat für seine Dissertation an der Universität Klagenfurt die zwei Wochen nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges untersucht und Zeitzeugen befragt. Das Buch beinhaltet neu erschütternde Details. Die Zahl der Getöteten ist mit rund 1.000 demnach weit höher als bisher angenommen. Die Zahl der Getöteten ist mit rund 1.000 demnach.